Ja, so, ich hab mir einfach gedacht, hey, ich mach grad noch ein zweites Video dahinter und oh, versuch mit euch die Auswertung zu machen. Eieieieieieiei. Wunderbar, krieg ich den Treffer noch mitgegeben. Ah, so. Die Auswertung, die war doch gut, der will zwar ein zweites Video hinterher, warum nicht? Wenn ich ihn noch treffen würde, wäre die Welt in Ordnung. Oh, das war's auch jetzt hier, so mein Gott. Hätte ich auch eher drauf kommen können, dann hätte ich einfach so einer coolen Runde. Einfach eine zweite Video hinterher, mach ich einfach Let's play xy 1 Punkt 1 und 1.2. So, gehen wir so. Oder 1 von 2 und 2 von 2. Das ist glaube besser. So, da gibt es dann zwei Videos auf einmal. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ja, dritter an einem Team, das hat sich gelohnt. Sehr, sehr cooles Match. Wow, alleine an der Schlachtdauer seht ihr, wie lange das gegangen ist. Richtig geil, richtig tolles Spiel und das macht so viel Spaß. So, Luft holen und gehen wir doch mal kurz durch. Jetzt haben wir Zeit mit zwei Videos, aber müssen wir das zweite auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also zerstörte Flugzeuge 1 haben wir mitgenommen, die EL2, als sie sich selber quasi massakriert hat. Okay, zerstörte Bodeneinheiten 4, Abschlusshilfen 5, kritische Treffer 6, mein Gott, es zählt sich ja und Treffer 29 im Allgemeinen. Wie gesagt, die Schlachtdauer betrug 13 Minuten und 6 Sekunden, Aktivität 99%, ich denke, da haben wir gut mitgewirkt. Belohnung aus der Version 900 Gummipunkte. Ja, sehr geil, sehr, sehr geil und so macht das Ganze sehr viel Spaß und das ist echt toll. Ja, so, okay, ja, mein Gott, müssen wir mal was trinken, so viel gesappelt heute. So, gehen wir mal einmal ganz kurz durch, klack, da haben wir 2366 Punkte gemacht, das war richtig, richtig gut. Cool. Durchforschung, 2071 Punkte, ging auf den Tiger, das ist sehr cool. Wow, also, so darf das sein, sehr, sehr cool. Waren alle Panzer gut, fand ich. Zum Anfang die Stuck, mhm, gut, die hat den einen rausgenommen, hat ein Freund repariert, der uns danach, egal, der hat den Säcke kickt, egal, so ist das halt. Naja, so, mal gucken, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut alles und so macht das am meisten Spaß. Panzer 3M, auch richtig cooles Match, naja, gehabt. Sehr geil, einfach nur, da ist halt der kleine Mann. Es flog ja gar ein Vogel in die Scheibe. Ja, auch sehr lustig, das passiert auch mal. Mal gucken. So, hier haben wir den Panzer 4G, nochmal. Schön und nah. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal. Dies, nächstes Mal auch nur eine Folge, wird auch reichen, denke ich mal. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.